Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo hier auf meinem Kanal, Freunde, schön, dass ihr seid, Freunde, EA hat die Spieler rausgehauen für das Summer Celebration Event, so heißt das Event, das ist das 4-Season-Event, also das letzte von den 4-Season-Events, Freunde, das sind die Spieler, die EA jetzt rausgehauen hat. Ey, es ist einfach ein Van Dijk, 106, Ferran Torres, 108, Werner, 106, by the way, Freunde, das sind nicht alle Spieler, ne, jetzt euch nicht wundern, das sind nicht alle Spieler, ähm, es ist nur ein Teil der Spieler, wir werden die Prime und Event-Icon natürlich alles morgen im Event dann sehen, ähm, auf jeden Fall, Freunde, das sind die Spieler und Freunde, ey, die sehen so geil aus, ne, dieses Design auch, ne, dieses Design, oh mein Gott, Freunde, dieses Design ist anders wild, ne, also ich sag euch, dieser Van Dijk, ne, 106, Ey, der sehe ich mich, da sehe ich mich, also wenn der Free-to-Plays, Freunde, der kommt sowas von in mein Team, ne, hier auch ein Reklion von, äh, Tottenham, Na, ich weiß nicht, ob der Wetter, das ist mein Thema, ein anderes Mal gucken, auf jeden Fall Van Dijk, sind sehr interessant aus, Timo Werner sieht auch sehr interessant aus, Andano, mit, wäre jetzt nichts für mich, ähm, ich habe ja mein, äh, Dings, wovon, ähm, wen haben wir noch, oh, Triozola, für Joao Cancelo, kann ich mir vorstellen, ne, Kann ich mir wirklich vorstellen, mal Nolas, 103, ja, aber auch irgendwie, nein, den würde ich jetzt nicht nehmen, also da würde ich lieber auf dem Van Dijk gehen, Freunde, und Ramos Rodriguez, 102, und die 100er, da unten, paurig, sowieso nicht, aber, Uff, Freunde, es sind wirklich geile Spiele dabei, schreibt jetzt gerne eure Meinung in die Kommentare, ich wollte hier nochmal so ein kurzes Infovideo machen, Ja, weil, ich blinde euch jetzt auch nochmal kurz hier, äh, die Animation von den Karten ein, ähm, die haben auch schon richtig geile Animation, Freunde, die blende ich euch jetzt mal schnell ein, So, da habt ihr es gesehen, Freunde, wild auf jeden Fall, die Animation auch wirklich wieder absolut krank, Und, ja, also ich bin gehypt, Freunde, ne, morgen Abend, um 21 Uhr kommt das Event raus, am Freitag gibt es das Video, was alles Free-to-Play ist, wie das Event funktioniert, und so, ihr kennt es ja, wie bei jedem Event, Und, morgen gibt es nochmal, ja, die letzten Flashback-Spieler, Freunde, da holen wir uns mal die letzten Flashback-Spieler, vielleicht schaffe ich ja noch PP, lasst euch überraschend, schaltet auf jeden Fall morgen ein, Puh, Freunde, erst mal runterkommen, das sind jetzt, also, wie gesagt, nochmal, das sind die Erden, das sind nur Paar-Spieler, das sind nicht alle Spieler, es sind nicht alle Spieler, es kommen noch welche, vor allem Prime, die Prime-Eigenen und die Event-Eigenen kommen auch noch, die sind nur nicht geleakt, die sind nur erst mal diese Spieler, und die sehen absolut wild aus, Freunde, wir sehen uns morgen wieder in aller Frische, Seid auf jeden Fall gehypt, ich bin so gehypt aufs neue Event, schreibt gerne eure Meinung jetzt in die Kommentare, Freunde, bis morgen, haut rein, und tschüssi!